Schaffte. Beide Elemente vereint beschworen. Hey, alles in Ordnung? Okay. Okay. Wird Zeit, dass wir Garuda und Ifrit endlich besiegen. Ein bisschen Zeit haben wir schon drin verbracht. Und eigentlich sieht es immer gut aus. Bis 30% hatten wir sie schon runter. Doch dann erst mal ein paar Windkling links und rechts. Hat natürlich wieder jemand drin gestanden, obwohl wir das schon fünfmal gesehen haben. Irgendwie ist eine Mechanik. Und zack, weiter. Nicht weglaufen. Doch, okay. Ich habe über den Spielern eine Markierung gesehen, die über die ihre Köpfe gekreist haben. Die haben gesagt, da in der Markierung muss zwei Mann drin stehen. Haben wir brav gemacht. Dadurch konnten sie den Schaden teilen. So. Ihr seht hier diese Markierung, die rumfliegen, die sagen, dass mindestens zwei drin stehen müssen. Wenn eine alleine nur drin steht, bekommt der Knockback in die Luft und wird von der Folgeattacke getroffen. Hallo, geht ihr mal? Klaps an die Idioten, die sich nicht an die Seite stellen können. Ich kann nicht weglaufen. Ich bin... Mili, ich muss vorne stehen und Schaden machen. Komm schon. Wind, kleine Knockback in die Mitte, plus Explosionen. Ja. So. Jetzt kommt Ifrit. Und dem geben wir jetzt gleich mit Damage. So. Tether. Halt. Gib mal ein... Hallo, gib mal ein ab. Danke. Split Charge. Kennen wir ja von unserem normalen Ifrit auch, dass der sich... splittet und been Uncharged. Bisschen Howl. Feuer-Aoes kennen wir auch. Alles, nichts Neues. So. Jetzt sucht Ifrit sich selber einen Safe-Spot von dem Ausfällen. Anfängt seine A-O-E-Explosions-Buzzles hier zu machen. Da stellen wir uns einfach zu ihm hin. Denn er wird sich ja nicht selber angreifen. Deshalb ist man da bei ihm natürlich safe. So. Hier so ein... Ding, was mir prozentual Schaden gemacht hat an allen. So. Garuda und Ifrit beide gleichzeitig. Die Arena wird wieder geteilt. Und... Einer ist tot. Okay. Einer tot ist. Damit können wir leben, glaube ich. Ifrit macht da hinten sein. Scheert. Äh. Au. Ja, okay. Dass er... Einer stirbt als... Zwei. Ich hab halt mit beiden jetzt den... Damage geteilt. Konnten die anderen beiden überleben. Jetzt kommt ein Windblade. Und ihr habt jetzt die Wahl, ob die jetzt Garuda oder Ifrit andreifen. So. Fusion. Raktapr-Küpfel. Kann ich nicht mal aussprechen. So. Windblades. Ja. Also im Prinzip machen sie jetzt das gleiche wie vorher, nur kombiniert. Jetzt kommt wieder... A.O.G. A.O.G. Damage teilen. Rausrennen. Reinrennen. Ähm. Au. Nein. Halt. Stopp. Da war ich schon wieder eine Mechanik weiter. Jetzt. Ich hab gedacht, wir sind hier. Deshalb. So. Und hier. Bin ich gestorben. Beziehungsweise. Der Run zweimal. Weil wir alle zu weit weg standen von diesen Safe Spots. Kommt, ich bin tot. Ja. Da kommen wir jetzt zwei Windblades plus ein Stack. Kommt schon. Natürlich darf man während des ganzen Barboriums die Außenseite natürlich nicht berühren. Wenn man sonst das schön Damage reingedrückt bekommt. Lass mich. Sind wir? Ja. Stehen. Okay. Alle in die Mitte. Oh. Kommt. Wie denn mit ich. Ich komm jetzt schon wieder nicht hinterher. Also ich mein mit Kombination aufrechterhalten und so weiter. Mega nervig. Ich will auch den Dreifach-LB nicht benutzen. Bevor. Ich bin nicht bei 8% oder so sind. Und da kommen noch mal Blades. Okay. Falls wir doch den Revive brauchen. Da noch mal die Debuffs bauen. Habt ihr alles? Ja. Jetzt. Müsste ich stehen bleiben können? Natürlich nicht. Junge, das klären wir jetzt, ne? Du und ich. Komm. Gib mir noch mal. Gib uns noch mal meinen Crit. Ja. Da kam der Crit-Bab noch mal durch. Nice. Hat zwar jetzt 6 Anläufe gebraucht. Aber ist auf jeden Fall ein richtig nicer Kampf. Wenn bloß mal die extrem prima E-Kämpfe so leicht wären. Das müssen nach 6 Versuchen einfach zack, fertig. Okay. Gucken wir uns noch den Loot an. Es hieß eine Schriftrolle. 79. Handschuh, Hose, Schuhe. Ich werde mich wie immer bei den Sachen zurückhalten, wo man zwei oder drei Dinger von braucht. Habt mir auf jeden Fall gleich mal die Schriftrolle gegönnt anscheinend. Dann nehmen wir das antike Armband oder Stuff. Mal gucken. Nö. Schade, schade. Muss ich wohl später nochmal machen. Tank bekommt hier die Ehrung. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschau, Leute. Narrator. Schade, schade. Jetzt geht het mal hin. Finde. Schade, schade. stuff Todo, das nicht klappt. Das ist schön ge livestream.